Ah, das ist super. Ich weiß nicht, warum es bei mir nicht klappt, aber ich filme die Karte. Ich dachte, ich filme, wie sie da um die Ecke kommen. Ach, das ist der Raider, genau. Eigentlich müssten die die Startnummern haben. Eigentlich schon. Ihr habt die Startnummern vergessen. Ja, doch. Ich habe mir überlegt. Ich wollte die auch abbreiten, aber ich muss ja die Pollys auch noch holen. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Genau, das habe ich. Ich habe dich gefilmt. Oh nein. Oh doch. Das ist irre, ne? Das weiß ich auch nicht. Aber trotzdem sind die auf der Sicht ziemlich ähnlich, ne? Ja. Die zwei von Ernst. Ja, das sieht man. Also der Emanuel sieht seinem Vater sehr sehr ähnlich. Vielleicht sieht der Elias an der Mutter noch ein bisschen ähnlich, ne? Und die sind verboten, ja. Die haben aber ja immer Blondier alle. Ja, Platz ohne Ende, ne? Alleine drei Stück von der Lugier. Irre, ne? Da hättest du mit der Fancy wenigstens nicht das Abreiteproblem. Ne, auch die Sachen draußen würde die, glaube ich, auch nicht so ein Problem haben. Ne, aber das war sowohl auf der Messe als auch beim letzten Turnier. Ich konnte nicht richtig abbreiten. Das geht bei der Fancy nicht. Und Naki kann es doch schon mal machen. Du musst einmal locker machen. Einmal zu elongieren, ne? Genau. Gute Idee. Damit sie mal ordentlich abkaroppieren, sich ausbauen kann. Oh! Sorry. Das ist gewonnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wir gucken, ob mal irgendeine Funktion bei YouTube hat, dass man das schneller laufen lassen kann. Aber egal. Ja, das haben wir auch hier. Es ist nicht perfekt, wie bei Katzen. Es ist nicht alles zu meiner Zufriedenheit. Und klar ist das doof für die Leute, die weit fahren müssen. Ja, aber guck mal, wir missen sowas. Eben. Das ist schön. Ja gut, das ist nicht schlecht, wenn ich das überhaupt gar nicht kenne. Deswegen nutzen wir das jetzt mal. Soll doch mir jetzt mal Regen geben morgen. Ehrlich? Ja, ich trage den einen und gehe sofort auf. Das ist einfach ein Regenzell. Also Regen kennt er. Soll ja nicht ansonsten hier sein. Ich bin mittlerweile gewohnt, dass ich Tretabula immer noch so war. Wie süß. Ich bin ein Zirkuspony und wenn man mich antippt an den Beinen, soll ich die Beine heben. Soll ich mich hinlegen? Entspannen, Lucky. Alles ist gut. Larissa ist ganz geschickt. Guck, wie die das ist. Sie werden nicht verholfen werden. Auf. Boah, die ist so verfressen. Aha, jetzt ist er entspannt. Denkt immer noch nie. Na gut. Entspannt ist vielleicht doch ein bisschen was anrufen. Oh. Ich habe gerade viel entspannt. Das gänzt das auch. Ist das so gut. Es ist eins auf dem Zimmer. Müsst du Leute ankommen? Nein. Ich bin im Busch. Ich bin im Busch. Es war sowohl. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020